. . . . . Guten Tag, wie gehts? Noch gut, ja? Ja, noch gut, echt? Was ist dein Name? Lea. Sabrina. Lea und Sabri in das Haus. Was machen wir hier? Leute, was ist los mit diesen komischen Anzügen und so an? Was machen wir? Wir springen aus einem funktionierenden Flugzeug, würde ich sagen. Oh mein Gott. Warum? Weil wir flug sind. Ein bisschen Adrenalin. Okay, einen Kaffee nehmen. Alles klar. Welche hat die Idee? Oh mein Gott, sie ist deine Schuld. Alles ihre Schuld. Leute, eine Nachricht für die Leute nach Hause. Ich weiß nicht, im Testament. Just in case. Haben wir nicht. Nicht nachmachen. Du kriegst dann alles, ne? Aber wir sehen uns wieder hoffentlich. Mit Todesangst runter, aber das Bildmaterial ist vorhanden. Hey, viel Spaß bei uns für euch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. 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 Ciao! Ciao! Ciao, ciao! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020